Ja, das will ich nicht töten. Na, was krieg ich? Geld. Kann ich mir sagen, nein, ich will dich nicht töten? Fühlt euch selbst aus, ihr seid schlecht. Natürlich verschund ich dich, aber ich musste auch ein bisschen schnitzen. Und noch ein bisschen plündern, das macht man doch so, oder? Oh, Diamant. Die Teile sehen voll hässlich aus, aber okay. Habe ich das jetzt richtig gemacht, das verschonen, oder muss ich jetzt irgendwie zaubern? Um ihn zu verschonen, nein, ich muss zurück. Oh nein. Gut, gut, gut. Müssen wir die Heldengild? Bull! Kann ich meucheln? Ah! Ich weiß, das ist fies, was ich hier mache. Aber ich wollte halt ein bisschen Geld haben. Oh, das ist so schön. Ah, das ist so schön. Und ich hab gesagt, ich spiele so böse, wie ich bin. Und ich hab' gesagt, ich spiele so böse, wie ich bin. Marc, wie ich es sein möchte. Na gut, ihr lasst kein Geld fallen, also... Wo sind die ganzen anderen Täter komparen? Egal. Seht, wie es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Ich kann die Bank hin. Ich bin auch okay. Ja, ich möchte mir das Haus kaufen. Hm. Einwandte Haus haben. Bogen wegstecken. Mich haben sie alle lieb hier. Ist doch gut. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Neh ich noch mit. Oh, Zauberkraft kaufen. Großzauber, Blitz. Man betrachte, da fehlt bei mir noch mit Mut. Gute. Gute. Cool. Gute. 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 Du fuckst mir wirklich? Die langweilig Süße. Ich hoffe doch nicht. Die muss ich töten. Und ich muss ich... Ah, ich hab ja... Weißt du was, Schnuggi? Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ich fühl mich verletzt. Melz! Melz? Hallo? Melz? Labyrinth! Labby! Lavador! Du hast also deine Schwester gefunden. Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern lebt. Ach ja! Du hast es die letzten Jahre wirklich weit gebracht, oder nicht? Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena im Witchwood sehen wird. Jetzt! Bevor du wieder losziehst, ich hätte da noch eine Questkarte. Ein Gefallen, wenn du so willst. Ein alter Freund von mir wird vermisst. Nennt sich der Archäologe. Okay. Er könnte da über was Großes gestolpert sein. Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist. Wie kriegt man eigentlich so ein kurzes Tätow wie du? Er hätte sich irgendwo in Witchwood versteckt, falls er nicht schon tot ist. Du kannst mit einem Kalistor dorthin gelangen. Ist hoffentlich nicht zu spät. Ja, ich bin hier oben. Ich bin Blutblut. Maze, kann ich dich beklauen? Messerjack. Ach, Maze. Deine Wohnung ist so komisch. Wo ist dein Bett? Was ist da oben? Was ist da oben? Ob wir da oben hin? Nein, das ist nie erfahren. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade das Türchen da hinten aufmachen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Sam. Sieht gut aus. Aha! Nein, das tut weh. Hey. Tja, danke, aber... Hey. Komm schon. Hey. Aber... Nein, danke. Okay, dann hole ich mir den aus Borstern. Er wisst nicht, was ich mit denen vorhabe. Treff's euch mit dem Archäologen. Händler, Massaker, Händler, Rettung, Händler, Massaker, Händler, Rettung, Händler, Massaker. Drei... Die im Räuberlager gefangen sind. Das ist ein Räuberlager. ja ok oh oh yeah 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 fuck uh ich kann es noch mal versuchen ja was denn ja 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 ich weiß mein avatar ist immer der best Das hört sich verwirrt an. Wer hat das gesagt? Du. Du. Ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Ich zahle auch für eures, das ist die Abmacht. Ja, wieder und wieder. Wenn wir eine neue Region erreichen, wenn ich anhalten soll, benutzt und eh ich es vergesse. Hier, ein Fosch geht lieber nicht allzu schnell. Wow. Wow. Wait. unos 9 Vielen Dank.